Holz schmeckt echt nicht so gut. Aber wir suchen jetzt mal nach Wildkräutern und Pilzen. Kommt mit. Das hier ist alles andere als das Mildkraut. Das hier ist nämlich das Milzkraut und das hat so richtig in sich. Es ist eine essbare Wildpflanze, aber sie ist wirklich äußerst bitter. Also es ist eine der bittersten Pflanzen, die wir hier überhaupt so finden können. Deswegen sollte man das auch nur mit Bedacht einsetzen, wenn man das dann überhaupt essen möchte. Aber so ein bisschen Bitterstoffe sind ja manchmal ganz erwünscht und gar nicht so schlecht für die Verdauung und den ganzen Körper. Der kennt es ja oft gar nicht mehr so. Die meisten Obst- und Gemüsesorten, die es so zu kaufen gibt, die Zuchtformen der ganzen Sachen, da sind ja oft die Bitterstoffe rausgezüchtet worden über die Jahre. Aber der Körper findet es ja gar nicht immer so schlecht. Wer ein bisschen bitter will, bei Milzkraut wird man fündig. Milzkraut ist ein bisschen eine Verallgemeinerung, denn was wir jetzt hier eigentlich haben, ist das wechselständige Milzkraut. Es gibt nämlich zwei verschiedene Milzkräuter und die kann man ganz gut unterscheiden. Wir haben jetzt um diese Jahreszeit diese Stängel und an den Stängeln haben wir so kleine kleine Blättchen. Diese kleinen Blättchen sind oft unter einem Zentimeter im Durchmesser. Da kann man sehen, wie die angeordnet sind. Hier ist es Abstand irgendwo wieder eins auf der anderen Seite. Deswegen wechselständig. Gegenständig würde heißen, die zwei Blätter stehen sich direkt gegenüber und das ist hier nicht der Fall. Deswegen haben wir hier das wechselständige Milzkraut. Außerdem haben wir sonst noch Grundblätter, die finden wir überall am Boden, bodennah. Die sind auch meist im Winter zu sehen. Die sind rundherum ziemlich stark gekerbt und auf der Oberfläche haben wir so ein paar weiße Härchen. Was wir sonst natürlich jetzt noch haben, ist eben am oberen Ende des Stängels die Blütenpracht. Eigentlich sind es nur kleine gelbliche Blüten, aber rundherum sind die sogenannten Hochblätter. Die sind eben auch gelb gefärbt und die helfen der Pflanze so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Hier ist alles grün, aber obwohl sie so klein ist, sticht sie doch ziemlich raus und es ist wichtig, damit sie die Insekten anlocken kann. Die hat ein bisschen Nektar und da tummeln sich dann eben auch mal ganz gerne Insekten zum Bestäuben an den Blüten. So ein kleiner Hinweis an die Insekten. So hier gibt es was zu holen. Sonst vermehrt sie sich auch gerne unterirdisch. Man sieht es, die bildet immer dichte Bestände, die Pflanze. Also das ist auch ganz ganz typisch. Und Standort ist meistens so überall wo es feucht ist. So in Wäldern ganz gerne und dann so an Bachläufen oder auch in Auwäldern wächst durchaus auch ganz gerne mal an Stellen, wo vielleicht Morcheln in der Nähe sein könnten. Also die Morcheln mögen es vielleicht ein bisschen trockener als das Milzkraut, aber so im näheren Orbit könnte da schon was gehen. Muss nicht, aber kann das Milzkraut. Und warum jetzt überhaupt Milzkraut? Es ist die Signaturenlehre. Die hat man sich früher zunutze gemacht. Man hat halt so ein bisschen gedacht, okay, die Natur gibt uns Hinweise, was auf welches Organ wie wirkt. Und weil die Blätter so ein bisschen optisch an eine Milz erinnern, hat man halt gesagt, das Kraut ist gut für die Milz. Es ist natürlich ein bisschen umstritten. Der Mensch so im Mittelpunkt, als ob die Natur sich jetzt um den Menschen gebildet hätte, rundherum so und dem Menschen jetzt alles sagt, wie alles funktioniert. Es klingt schon eher so nach Wunschdenken und ein bisschen einer Überschätzung der eigenen Position im Geflecht der Natur. Aber Bitterstoffe haben wir auf jeden Fall da drin. Eine Wirkung auf die Milz wurde nie nachgewiesen, wurde auch wissenschaftlich jetzt nie untersucht oder sowas. Also es ist schon eher einfach ein Bitterkraut, eine Bitterpflanze, Bittergemüse, wie man es auch nennen mag. Für die Milz, wer weiß, ob das was kann oder nicht. Das weiß man nicht so genau. Und ich werde jetzt hier auch mal so ein bisschen was snacken davon, denn härtet auch ein bisschen ab gegen die Bitterkeit des Lebens. Ist eine gute Sache. Lieber gefaltet als gefällt. Das ist das Motto dieses Baumes. Hier haben wir die Hainbuche und die hat ein schönes Merkmal an den Blättern. Denn die Blätter wirken wie gefaltet. Ein bisschen wie ein Fächer oder so was. Ja, so eine Zieharmonika. Irgendwie sowas gebasteltes, was man vielleicht als Kind in der Schule gebastelt hat aus Papier, weil man es unfassbar langweilig fand und irgendwas machen wollte. Also da haben wir ein ganz tolles Merkmal schon mal an den Blättern, wie wir die Hainbuche jetzt um diese Jahreszeit erkennen. Denn die Blätter, die kommen jetzt gerade. Außerdem sind die Blätter auch behaart. Außerdem sind die Blätter also insgesamt eiförmig. Rundherum sind sie doppelt gesägt und wir haben auch eine Spitze am Blattende. Also das ist auch gegeben. Lauter tolle Merkmale für diesen Baum. Außerdem haben wir auch noch diese Blütenkätzchen. Die Blütenkätzchen sind gelblich-grün mit roten Spitzen. Die erscheinen schon vor den Blättern. Also die liegen jetzt hier in dem Fall auch schon zum Teil hier unten auf dem Boden rum. Ein paar, die hängen aber auch noch oben da drin rum. Also die Hainbuche hat auch solche Blütenkätzchen. Da haben wir also schon mal Merkmale. Und wir haben eben auch Blätter, die man durchaus auch in kleiner Zahl vielleicht verwenden kann, kulinarisch. Also wir machen das auf jeden Fall. Ja, sie sind ein bisschen bitter. Wir haben da drin Bitterstoffe und Gerbstoffe. Da schmeckt man also auf jeden Fall auch raus. Deswegen, das eignet sich jetzt nicht irgendwie als Basis für einen Salat, so als Grundlage, sondern eher so ein bisschen als Beigabe vielleicht. Oder auch in so einer frühlingshaften grünen Kräutersuppe natürlich auch eine ganz gute Sache. Da haben wir die gefalteten Blätter. Ja gefällt. Gefaltet sind die Blätter. Deswegen lieber gefaltet als gefällt. Denn gefällt werden die leider oder wurden sie auch schon sehr, sehr oft. Denn die werden gerne verbrannt, diese Bäume. Als Brennholz ist die Hainbuche sehr beliebt. Was die natürlich nicht so freut. Bäume werden nicht so gerne so verbrannt. Also deswegen. Und ansonsten ja, wir sehen es, die Rinde ist von der Oberfläche her eigentlich relativ glatt, aber so ein bisschen wellig. Der Baum hat ja irgendwie auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit Rotbuchen. Aber da ist so der Stamm so rundherum eher so einfach so glatt. Und hier ist es so ein bisschen wellig rundherum. Also das ist auch nochmal so was typisches, was jetzt speziell Hainbuche ist. Und die Blätter von der Rotbuche, die haben auch nicht diesen doppelt gesägten Rand. Das ist zum Beispiel auch so ein Unterscheidungsmerkmal. Also wie man die ganz gut auseinanderhalten kann. Also so sieht es aus. Hainbuchen, wunderbare Bäume. Auch zum Pilzesammeln übrigens. Denn Hainbuchen stehen auch mit allen möglichen Pilzen in Symbiose. Zum Beispiel mit Totentrompeten oder durchaus auch mit Trüffeln. Also da kann man einiges finden unter Hainbuchen. Auch so im Herbst. Jetzt hier nicht unbedingt. Die wachsen ja durchaus an unterschiedlichen Standorten. Hier haben wir jetzt so einen Auwald, wo der Boden relativ nährstoffreich ist. Das heißt, hier sind wahrscheinlich nicht so viele Symbiose-Pilze zu erwarten. Denn die versorgen den Baum ja vor allen Dingen an Orten, wo der Boden eher nährstoffarm ist. Nur da ist der Baum auf solche Pilze überhaupt angewiesen. Und deswegen ist es hier eher nicht so zu erwarten. Das erkennen wir hier halt daran im Auwald, dass es hier auf dem Boden bewuchs viele Nährstoffzeigerpflanzen gibt. Sowas wie Brennnessellen oder Giersch und so Sachen. Das heißt, hier wird der Baum gar nicht so viele Pilze haben als Symbiose-Partner. Aber in anderen Wäldern, wo vielleicht nicht so ein doller Bodenbewuchs da ist, da könnte man dann auch schon eher coole Pilze unter den Hainbuchen erwarten. Ohne diese Wildpflanze im Frühling geht einfach gar nichts. Termine im Bürgeramt wahrnehmen. Geht nicht mit Messer und Gabel essen. Geht nicht Lichtschalter an- und ausmachen. Geht auch nicht. Geht einfach alles nicht. Der Giersch, das ist eine unserer aller liebsten Lieblingspflanzen jetzt im Frühjahr. Diese jungen, zarten Blätter hier. Einfach nur herrlich. In jeglicher Hinsicht. Also wir nehmen die als Gewürz manchmal. Schmeckt zum Beispiel super in Linsensuppe. Kann man so statt Petersilie oder so einsetzen. War übrigens ein Tipp von euch mal aus den Kommentaren. Oder man kann Pesto draus machen. Man kann ihn auch einfach so als Salat essen. Entsaften. Spinat draus machen. Sehr flexibel einsetzbar. Denn der Geschmack, der so ein bisschen an Petersilie und Mango erinnert, ist einfach nur super. Ja, da drin haben wir auch jede Menge Vitamine. Gerade auch Vitamin C, Vitamin A und auch recht viel Eisen und andere Mineralstoffe. Gerade was sowas angeht, ist der unfassbar gut. Im Vergleich zu Kopfsalaten und so ist hier viel, viel mehr drin an Vitaminen und Mineralstoffen. Und deswegen ist er wirklich ganz, ganz wertvoll. Und so früh im Jahr vorhanden. Super häufig. Kostet nichts. Also was will man mehr. Man muss ihn natürlich sicher bestimmen. Das ist die einzige Hürde. Denn wenn man die nicht meistert, dann ist es ein bisschen ungünstig. Es gibt ja auch gerade so einige Doldenblütler. Es ist ja ein Doldenblütler. Die sind ziemlich giftig. Sogar tödlich giftig. Also da muss man gut aufgeben. Erstmal ganz wichtig beim Giersch ist die Zahl 3. Denn wir haben die Blattstiele und die sind dreikantig. Wir haben drei Kanten. Das ist schon mal ein ganz tolles Merkmal am Blattstiel. Gerade auf der Oberseite ist auch wie so eine leichte Vertiefung manchmal zu sehen. Da kann so ein bisschen das Wasser dann ablaufen in Richtung Wurzel. So. Dieser dreikantige Stiel, der geht dann so langsam von Wurzel immer weiter nach oben. Und was macht er dann? Er teilt sich auf in drei weitere kleine Stiele. Er teilt sich zu dreien auf. Auch ein wichtiges Merkmal. Und an diesen drei kleinen Stielchen, da finden wir dann jeweils immer zwei bis drei Blätter. Die Blätter sind rundherum ziemlich spitz gesägt. Von der Länge her kann es sehr unterschiedlich sein. Kommt ein bisschen aufs Alter an. Ein Blatt, das kann mal so drei, vier Zentimeter lang sein. Kann aber auch mal schon fast zehn Zentimeter lang sein. Aber gerade eher diese jüngeren, die sind besser. Da wo die Blätter auch noch nicht sich so ganz aufgebreitet haben, so wie hier, wo sie noch so ein bisschen halb eingeklappt sind. Diese Art Gierschblätter sind die allerzartesten. Also die sammeln wir am allerliebsten. Einfach wunderbar. Im Mittelalter war das auch eine sehr geschätzte Pflanze. Mittlerweile ist sie ja eher so verschrien als böse böse. Und man will sie unbedingt loswerden. Im Mittelalter hat man sie extra angebaut, weil sie eben so viele Vitamine und Mineralstoffe hat. Außerdem hat man sie auch eingesetzt bei Gicht und Rheuma. Das ist wissenschaftlich aber nicht bestätigt und wurde dann auch nicht mehr so viel weiter gemacht. Da hat man dann andere Sachen eher angewendet. Aber das war mal so in der Mittelalterzeit so eine Sache. Aber als Gemüsepflanze ist sie auf jeden Fall top. Also eine Superwildpflanze. Giersch. Können wir nur wärmstens empfehlen. Und jetzt ist halt genau die richtige Zeit. Der Boden sollte ein bisschen feuchter sein. So halbschattig. Mag gerne Nährstoffe. Wir finden die Pflanze zum Beispiel in Auwäldern. Aber jetzt hier gerade sind wir auch überhaupt nicht in Auwäld. Hier ist einfach so ein leichter schattiger Hang. So ein bisschen so eine leichte Vertiefung am Waldrand. Und da fühlt er sich hier ganz genauso wohl. Also der Giersch ist sehr sehr häufig. Das ist eben auch schön. Und wir haben jetzt hier welchen gesammelt. Wir machen daraus jetzt nämlich eine grüne Soße mit anderen Kräutern. Zeit ein paar Kerbel zu verlegen. Und zwar von der Wiese in den Korb. Hier haben wir den Wiesenkerbel. Und den sammeln wir jetzt. Von dem sammeln wir jetzt die Blätter. Die haben auch ähnlich wie der Giersch. Viele Vitamine und Mineralstoffe insbesondere. Auch so ein paar ätherische Öle. Die Pflanze schmeckt so ein bisschen nach Petersilie, Anis und Kümmel. Also sehr sehr lecker. Ist auch ein Deutenbütler und wächst jetzt hier auch wirklich direkt mit dem Giersch zusammen tatsächlich. Aber eine Sache ist da jetzt auf jeden Fall schon mal vorweg. Wenn ihr euch nicht so gut auskennt mit Wildkräutern und vielleicht auch erst mal anfangen gerade, dann lasst erst mal vom Wiesenkerbel noch die Finger. Denn der ist wirklich im Gegensatz zum Giersch nochmal um einiges schwieriger zu bestimmen. Und richtig zu identifizieren. Und die Verwechslung mit den tödlich giftigen Deutenblütlern ist bei dem noch viel wahrscheinlicher. Was wir jetzt erstmal haben. Wir haben so Blattrosetten auf dem Boden. Und in der Mitte kommt jetzt mittlerweile schon so ein Stängel raus. Und es ist auch ganz gut, dass der Stängel schon da ist. Denn der Wiesenkerbel, der ist ja jetzt schon eine ganze Weile da. Und die Blattrosetten vor allen Dingen, die sind schon eine ganze Weile da. Aber wenn der noch nur Blattrosetten hat und noch keinen Stängel, ist es noch schwieriger, den zu bestimmen. Jetzt haben wir das Glück. Aber wir fangen schon mal mit den Blättern erstmal an. Die sind, wenn man sie jetzt so aus der Entfernung sich ansieht, so im Umriss, so dreieckig. Und sie sind zwei- bis dreifach gefiedert. Und dann haben wir diese einzelnen kleinen Fiederblättchen. Die sind dann also hier so. Und die sind so grob eiförmig, könnte man sagen. Und so fiederspaltig. Das heißt, da gehen wie so Spalten überall rein in die einzelnen kleinen Fiederblättchen. Ansonsten der Stängel ist auch ähnlich wie der Giersch. So dreikantig irgendwie. Und auf der Oberseite haben wir auch so eine leichte Rille. Also das haben wir so ein bisschen Ähnlichkeit da durchaus mit dem Giersch. Aber wir haben halt auch ganz, ganz große Ähnlichkeit zum Beispiel mit der tödlich giftigen Hunspetersilie. Auch die ist so zwei- bis dreifach gefiedert und so. Da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Gerade die Blätter von dem Wiesenkerbel und der Hunspetersilie oder auch dem Kälberkropf oder verschiedenen Kälberköpfen oder auch dem gefleckten Schierling. Der ist ja auch unfassbar giftig. Also ganz, ganz wichtig. Und wenn man die Blätter so zerreibt, dann riecht man nicht viel beim Wiesenkerbel. Eigentlich so gut wie gar nichts. Vielleicht so ein bisschen sowas von Petersilie oder sowas. Denn der gefleckte Schierling zum Beispiel, der riecht ziemlich intensiv nach Mäuseurin. Also da dreht es einem richtig die Kehle zu, wenn man das riecht teilweise. Das kann schon sehr intensiv ausgeprägt sein. Und dann haben wir jetzt den Stängel. Und der ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Merkmal, was wir unbedingt berücksichtigen sollten. Also der ist so behaart grundsätzlich erstmal. Und die Behaarung, die erinnert eher so ein bisschen an so ein Dreitagebart. Also so Stoppelchen so ein bisschen. So weißlich. Das ist also schon mal ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. Und dann haben wir so ganz tiefe Furchen so rundherum. Ist der Stängel so gefurchtgekerbt. Wenn man jetzt im Querschnitt macht und so drauf schaut, sieht der Stängel so ein bisschen aus wie ein Zahnrad. Der Eindruck wird auch dadurch verstärkt, dass der Stängel von innen hohl ist. Was der Stängel nicht hat, ist auch wichtig. Er hat keine roten Flecken. Also zum Beispiel der gefleckte Schierling. Der hat ja auf dem Stängel so richtig, wie so Blutspritzer sieht das aus. Die sind beim Wiesenkerbel beispielsweise nicht da. Und dann haben wir später jetzt auch noch diese Blüten. Hier ist ja auch ein Deudenblütle, aber die sind so gut wie noch nicht so richtig da. Und wenn die Pflanze dann blüht, dann sind meistens die Blätter nicht mehr so lecker. Also dann sammeln wir die gar nicht mehr. Das heißt, ist ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, es ist eh etwas schwierig die Pflanze zu bestimmen. Wenn man sie sicher bestimmen kann, das macht man jetzt nicht nur mit diesem einen Video, sondern vielleicht auch noch mit einem Buch oder sowas. Wenn man das kann, hat man wirklich eine tolle Pflanze, die super mild im Geschmack ist, ja auch in Massen vorhanden ist. Also sie wächst gerne an Wiesen oder hier auch so am Waldrand sehr sehr häufig zu finden. Viele tolle Vitamine und Mineralstoffe sind drin. Also da kann man wirklich nicht meckern, aber man muss sich da unbedingt ganz ganz sicher sein. Weil sonst ist es wirklich eine sehr gefährliche Angelegenheit und wenn man es verwechselt, dann eben vielleicht auch das letzte Wildkraut, was man je gegessen hat. Und es ist endlich wieder soweit. Die Speisemäuchen sind da. Ja, ganz wunderbar. Hier wachsen sie in einem schönen kleinen Wäldchen, wo jetzt auch viele unserer Videos der letzten Jahre mittlerweile wieder so zusammenkommen an diesem Punkt. Ja, denn hier sind ganz ganz viele Zeigerpflanzen auch. Hier sind Buschwindröschen in unmittelbarer Nähe. Die sind jetzt nicht so die allerbesten, aber zum Beispiel gelbe Windröschen sind hier, ja. Und natürlich auch die Bäume sind da. Die Eschen, Ulmen gibt es ja auch ein paar. Ja, und gerade Eschen und Ulmen mögen die Speisemäuchen besonders gerne. Und hier sind sie zum Glück noch. Ja, gerade bei den Eschen ist es ja wirklich mittlerweile leider so. In vielen, vielen Auwäldern werden die überall komplett gefällt. Ja, immer wegen dem Eschentrieb sterben. Nun ist es ja eigentlich so, die Esche, selbst wenn sie befallen ist, die produziert ja trotzdem immer noch einiges an Samen. Ja, und da kommen ja dann kleine Bäume nach, die vielleicht potenziell ja dann irgendwann mal die Bäume sind, die dann auch schon so ein bisschen immun sind gegen diesen Pilz, der das Eschentriebsterben verursacht. Aber die Lösung des Menschen ist halt doch eher alle Eschen absäbeln. Ja, sind ja krank, muss unbedingt weg. Leider nicht so eine gute Sache. Ja, denn an der Esche hängen ganz ganz viele Arten, unter anderem eben auch die Speisemorcheln. Ja, die, die wir hier haben. Und hier gibt es zum Glück noch Eschen. Ja, das wurde ja vielleicht noch übersehen, so ein bisschen dieser kleine Waldabschnitt. Und dementsprechend kann man hier jetzt auch ganz gut die Morchen finden. Der Boden ist kalkhaltig. Das zeigen uns eben auch andere Zeigerpflanzen, wie zum Beispiel eben das gelbe Windröschen. Ja, und was es sonst noch so alles gibt. Der Boden ist auch ein bisschen feuchter. Ja, auch eine ganz gute Sache. So ist jetzt nicht, ne, trief nass. Den kann man jetzt nicht auswringen wie so nassen Lappen. Aber bisschen feucht ist er schon. Und es war jetzt ja auch einer der nassesten Märze seit Ewigkeiten. Ja, seit 2001. Und das wirkt sich natürlich auch dieses Jahr gut aufs Morchelwachstum aus. Deswegen gibt es wahrscheinlich jetzt hier auch schon so zeitig welche. Die Speisemorcheln sind halt speziell. Die sind nur ganz kurze Zeit im Jahr zu finden. Ja, meistens so zwei, drei, maximal vier Wochen lang. Aber oft nur so ein ganz kurzer Zeitraum. Und da muss man wirklich, wirklich immer gut aufpassen, wann die ersten kommen. Und jetzt kommen sie hier. Ja, endlich ist es jetzt halt soweit. Und das Aussehen ist typisch Speisemorchel. Ja, der Stiel, der ist so ein bisschen cremefarbig und innen hohl. Ja, auch so ein bisschen runzelig teilweise so rundherum. Und dann haben wir oben diesen schönen rundlichen Hut. Ja, der ist meistens eher so rundlich. Und der hat die ganz typischen Waben. Ja, ganz wichtiges Merkmal. Der hat Waben und die sind hier halt sehr unregelmäßig. Im Vergleich zu Spitzmorcheln, die wir euch jetzt häufiger schon gezeigt haben. Ja, viel unregelmäßiger. Ist ein bisschen chaotischer hier. Und ja, wunderbar lecker. In dem Pilz sind viele Inhaltsstoffe drin, die für so einen speziellen Umami-Geschmack sorgen. Das ist halt wahrscheinlich der Grund, warum die so süchtig machen. Und wenn man die einmal gegessen hat, ja, dann kommt man von denen halt nicht mehr weg. Ja, also uns geht es so jedes Jahr. Wir träumen schon immer Wochen, bevor die da sind von den Morcheln, dass wir welche finden. Und wir sind auch schon immer viel zu früh an den Standorten, wo welche sein könnten. Ja, und hoffen dann schon immer, vielleicht ist ja schon eine da. Aber jetzt ist es endlich soweit. Hier sind jetzt die allerersten fünf. Ja, die sind ja auch relativ in der Nähe alle zueinander gewachsen. Also wenn man eine findet, dann sind die anderen meistens nicht fern. Ja, das ist auch ganz typisch bei Speisemorcheln. Und ja, wir werden uns jetzt natürlich weiter umschauen, ob es hier noch ein bisschen was zu sehen gibt. Optisch wissen wir jetzt ja wieder, wie sie aussehen. Ja, das ist ja, man muss ja auch so ein bisschen diese Mustererkennung wieder einschalten im Gehirn und die erstmal so identifizieren wieder. Aber ja, jetzt haben wir hier welche so ein bisschen als Anschauungsexemplare. Dann wird es hoffentlich auch noch ein paar andere geben. Werden wir mal schauen. Aber die ersten sind auf jeden Fall endlich da. Und es gibt so viel Spannendes noch dazu. Ja, der Pilz hat ja auch durchaus medizinische Wirkungen, die untersucht werden in Studien zum Beispiel. Man kann die Pilze ja bisher überhaupt nicht richtig anbauen, Speisemorchen, aber zumindest das Mycel von denen. So weit kann man schon gehen, dass man zumindest das Mycel anbauen kann und daraus dann Extrakte herstellen kann mit ganz spannenden Wirkungen. Also wenn euch das alles interessiert und wenn ihr jetzt noch mal genau wissen wollt, wie finde ich denn jetzt am besten die Speisemorchen, dann schaut auf jeden Fall unser Porträt zu den Speisemorchen an. Denn da geben wir euch so ein bisschen das Werkzeug dafür in die Hand, die zu finden. Denn das Allerwichtigste sind die Pflanzen. Ja, um diese Pilze zu finden, muss man halt die Pflanzen kennen, die sie umgeben. Dann kann man viele Hinweise in der Natur finden, wo es Speisemorchen geben könnte. Deswegen unser Porträt ist auf jeden Fall sehr, sehr gut dafür geeignet. Nun will der Lenz uns grüßen und uns einen mit der Bratpfanne rüberhauen, bis wir sterben. Ja, natürlich nur metaphorisch, wenn wir diesen Pilz nämlich in die Bratpfanne tun würden und den verspeisen würden. Dieses Jahr ist nicht nur ein ausgezeichnetes Jahr für Morcheln, sondern natürlich auch für ganz viele andere Pilze. Ja, denn es hat genug geregnet zum Glück und es regnet weiterhin auch immer wieder regelmäßig. Das ist natürlich perfekt. Ja, da freuen sich alle Pilze. Unter anderem eben auch die hier. Hier haben wir den Frühlingsrötling. Ja und der wächst jetzt hier im Wald. Das ist jetzt hier so ein saurer Abschnitt am Wegesrand. Ja, hier haben wir so eine freie Fläche. Hier sind ganz viele Gräser auch und da haben wir schon so einen ganz typischen Standort. Ja, der wächst nämlich gerne so zwischen Gräsern oder so auf Moos. Muss nicht unbedingt im Wald sein, kann also auch mal eher wirklich noch auf noch offeneren Flächen sein. Ja, wie sieht der Pilz so aus? Braun ist definitiv die Farbe, die hier dominiert. Ja, wir haben erstmal so einen Hut, der ist, wenn der Pilz jung ist, fast eigentlich schwarzbraun, könnte man sagen. Und er wird dann zum Alter hin ein bisschen heller, so Kastanienbraun. Dann im ganzen Alter wird er dann auch so Hygrophan. Das heißt, er kann dann von außen so ein bisschen blasser sein und dann eher so graubraun sein. Dann haben wir ein ganz wichtiges Merkmal in der Hutmitte. Ja, da haben wir einen Buckel. Ja, also das ist ganz markant. Und am Hutrand, wenn wir von oben drauf schauen, da sehen wir, der Hutrand ist gerieft. Also wir sehen so ein bisschen die Lamellen von oben durch. Wichtiges Merkmal auch. So, auf der Unterseite haben wir dann die Lamellen. Ja, der Pilz hat Lamellen. Die sind ja in so einem schmutzigen Grau irgendwie gehalten. Im Alter hin haben wir dann auch so einen Touch von Rosa vielleicht drin, so ein rosa-grau-braun Mischmasch. Sie wirken fast so ein bisschen so, als wären sie freistehend um den Stiel herum, die Lamellen. Aber sie sind dann doch so ganz leicht angeheftet. Und wenn wir jetzt von der Seite auf die Lamellen drauf schauen, dann sehen wir die schneiden. Also sozusagen die äußeren Kanten der Lamellen. Und die sind so ein bisschen gezahnt bis wellig. Auch ein markantes Merkmal. Und dann haben wir den Stiel. Und der ist von den Farben her auch so ein bisschen eher wie der Hut gehalten. Ja, also wir haben so ein dunkles Braun. Ganz wichtige Merkmale haben wir sonst auch noch. Nämlich der ist so ein bisschen längs gefasert. Ja, und auch so ein bisschen verdreht. Und gerade im Alter sieht man es auch ganz schön von innen hohl. Und auch bei dem hier sieht man es ja, das Stielfleisch ist auch ziemlich brüchig so. Also nicht sehr stabil unbedingt. Ja, so sieht der Pilz so ein bisschen aus. Man muss da wirklich ein bisschen aufpassen. Man sollte den jetzt nicht einfach so sammeln. Weil gerade die Jungen, die ganz frischen, die sehen schon lecker aus irgendwie. Aber wie das bei Pilzen so ist, es geht überhaupt nicht danach, ob ein Pilz lecker aussieht oder eklig aussieht. Das sagt nie irgendwas aus über die Essbarkeit. Die Optik ist immer völlig entkoppelt von der Essbarkeit. Deswegen, auch wenn er vielleicht jung ganz nett aussieht, auf keinen Fall essen. Denn der Pilz ist erstmal so Magen-Darm-Giftig. Aber jetzt nicht so, dass man irgendwie ein paar Mal pupst und es stinkt ein bisschen. Sondern schon eher so, dass man sich übergeben muss. Und zwar so richtig, richtig ordentlich und auch Durchfälle kriegt. Und zwar jetzt auch nicht so, es ist eine kleine Frühjahrskur. Alles ist im grünen Bereich. Ne, ne, ne. Das kann halt so übel sein, diese Magen-Darm-Vergiftung, dass man eben auch davon sterben kann. Muss man aufpassen. Sollte man nicht essen. Um diese Jahreszeit erreichen uns hin und wieder auch Anfragen, ob es denn jetzt schon spitzkegelige Kahlköpfe gibt. Also nein, die gibt es jetzt auf gar keinen Fall im Frühling. Die kommen erst im Herbst oder sogar dann erst so richtig im Spätherbst. Die wachsen natürlich auch zwischen Gräsern. Haben vielleicht auch so einen Buckel in der Hutmitte. Aber sonst sehen die auch schon sehr, sehr anders aus. Also schaut auf jeden Fall mal unser Porträt dazu an. Wenn man die jetzt hier einnehmen würde, in der Annahme, das sind spitzkegelige Kahlköpfe, ist der einzige Trip, den man hat. Einer mit dem Sensenmann. Vielleicht ins Krankenhaus, vielleicht aber auch unter die Erde. Also das hier ist auf jeden Fall nichts für den Konsum. Auf gar keinen Fall. So, dann gibt es noch zwei Merkmale, die jetzt auch noch mal fehlen. Nämlich der Geruch. Der ist so gut wie gar nicht vorhanden. Viele Rötlinge duften so ein bisschen nach Mehl irgendwie oder so nach nassem Mehl. Der hier tut es nicht. Und die Sporenpulverfarbe, die ist so ein bisschen rosabräunlich. Also die kann man sehen, wenn man jetzt die Hüte auf ein weißes Blatt Papier legt, der ein bisschen aussporen lässt. Dann kann man da die Sporenpulverfarbe sehen. Auch ein wichtiges Merkmal. Im Wald passieren schöne Dinge. Gerade haben wir eine tolle Begegnung gehabt. Wir sind nämlich auf Erleuchtete getroffen. Richtige, echte Erleuchtete. Hier sind sie. Nämlich erleuchtete Morcheln, die hier auf der Sonnenbank wachsen. Und obwohl sie erleuchtet sind, halten sie einfach mal die Sporen. Denn sie gehen mit ihrer Welt sich jetzt hier niemanden auf die Nerven oder meinen, irgendwie jetzt alle belehren zu müssen. Ne, sie machen genau das gleiche wie alle anderen Morcheln. Sie sind einfach Teil des Ökosystems. Obwohl sie erleuchtet sind. Oder gerade weil sie wirklich erleuchtet sind. Also hier wunderschön die Spitzmorcheln. Hier ist eine und hier auch eine richtige große. Der Standort ist so ein ganz typischer. In den letzten Wochen ist das so etwas, was wir immer wieder aufsuchen hier. Es ist wieder so ein Forst, der hier so ein bisschen gemischt ist. Hier gibt es vor allen Dingen Fichten und Weißtannen und auch ein paar Kiefern. Die Wege sind geschottert. Der Weg, also der Wald ist eigentlich sauer. Der Weg ist wahrscheinlich eher basisch und so an den Wegesrändern. Da wachsen sich hier überall die Spitzmorcheln. Also hier richtig schön die zwei. Und dann hier geht es auch direkt weiter. Hier wunderbar die nächste. Auch ganz ganz toll. Wieder die typischen Merkmale. So ein bisschen ein Hut, der an so eine Zipfelmütze erinnert. Mit so einem Wabenmuster. Und gerade die Längsrippen sind besonders deutlich ausgeprägt. Der Pilz ist von innen hohl. Der Hut ist hier in dem Fall jetzt schon eher so ein dunkleres Braun. Hier gibt es ja auch ein bisschen heller. Der Stiel ist eher so cremefarbig. Auch so ein bisschen kleig. Und so sieht er aus. Der Geruch ist nicht so stark ausgeprägt bei den Spitzmorcheln. Dafür der Geschmack umso mehr. Und ja, ach wen haben wir hier. Die Dreifaltigkeit. Die ist auch am Start. Wunderbar. Ja, eigentlich ist es die Dreivierigkeit könnte man schon fast sagen. Da ist nämlich noch eine vierte. Also hier, das sind doch auch mal richtig schöne Morcheln. Diese hier. Ja, die nehmen wir mit. Diese. Also einwandfreie Spitzmorcheln. Beim Spitzmorcheln sammeln sollte man immer schön aufpassen, dass man sie nicht verwechselt mit der Giftlorche. Die hat nämlich einen Hut, der ist eher so hirnförmig. Also hirnartig gewoben und der hat keine Waben wie die Spitzmorcheln. Aber hier wirklich wunderbare Spitzmorcheln. Wir freuen uns riesig, weil es geht jetzt hier mittlerweile ja schon seit ein paar Wochen so bei uns und hört auch noch nicht so richtig auf. Die Spitzmorcheln sind im Gegensatz zu den Speisemorcheln ein bisschen ausdauernder unterwegs. Die Speisemorcheln kommen oft eher so in so einer relativ kurzen, intensiven Welle. Und die Spitzmorcheln, die lassen sich ein bisschen Zeit. Da kommen immer mal wieder noch ein paar Junge nach und so. Also da hat man wirklich was. Längere Zeit davon. toutes hat man mit deinen Sch Journey Fourproof abläuft. 50 Meter weiter geht es auch schon weiter. Hier haben wir weniger erleuchtete Spitzmörcheln, aber die sind natürlich genauso gut. Die wachsen hier ein bisschen an einer schattigeren Stelle, aber wunderbar. Nichtsdestotrotz. Hier eine schöne, hier auch. Und man merkt jetzt auch ein bisschen, hier gibt es zum Beispiel jetzt mal so eine hellere. Man sieht hier schon, die können mal so sein oder mal so. Von der Hutfarbe her gibt es da auf jeden Fall verschiedene Abstufungen, aber das ist alles auf jeden Fall ganz nett. Nur von der Größe her sollten sie natürlich nicht zu klein sein. Keine Babys, die wollen wir nicht sammeln. Und natürlich überreife Morcheln will man wiederum auch nicht sammeln. Das gibt es leider auch, dass da Schimmel drin ist, vielleicht auch manchmal innen in der Morchel, weil die ja auch hohl sind. Also macht es auch Sinn, dass man die dann mal durchschneidet und sich von innen dann nochmal in Ruhe anguckt. Oder auch in den Waben kann eben mal Schimmel sein, wenn sie schon zu alt sind. Aber die hier sind noch sehr, sehr weit davon entfernt zu alt zu sein, denn sie sind nämlich genau richtig. Also die kommen auch noch mit. Vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr unsere virtuellen Pilz- und Kräuterwanderungen immer wieder unterstützt. Indem ihr die Videos guckt oder auch teilt. Oder auch indem ihr uns finanzielle Unterstützung zukommen lasst. Zum Beispiel per Paypal, Patreon, Banküberweisung, Bitcoin, Merchandisekauf, dem Kauf von unserem Buch mittendrin im Draußen oder auch mit einer Kanalmitgliedschaft. Dann könnt ihr auch hier unten angezeigt werden. So, und jetzt machen wir ein kleines Quiz. Schreibt uns mal in die Kommentare, was wir hier Schönes entdeckt haben. Im nächsten Sammelvideo werden wir es dann auflösen. Und jetzt ganz wichtig. Es ist Morchelzeit. Und wenn man Speisemorcheln finden will, sollte man sich natürlich genau informieren, wie sie aussehen, wo sie wachsen, was sie auch für Inhaltsstoffe enthalten und so weiter. Und all diese Fragen finden eine Antwort, nämlich hier dieses Video. Unbedingt im Anschluss anschauen. Und natürlich unser ganz neues Porträt über die Schlüsselblume. Auch sehr sehr sehenswert. Schaut euch am besten gleich beide an. Und dann bis bald im Wald.